Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, wer hätte das gedacht, man kann es kaum glauben, was so eine Videokassette hier für einen Wirbel verursacht, was diese Videokassette für einen Neid verursacht, was so eine Videokassette an Problemen verursachen kann. Es ist nicht zu glauben, sobald man mit YouTube so in etwa ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, was man alles so über sich ergehen lassen muss. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit ein ähnliches Video gemacht, was sich jetzt nicht um die Videokassette gedreht hat, was aber so von der Thematik her eigentlich ganz gut jetzt passen würde. Wer das noch nicht gesehen hat, ja, dann blende ich das jetzt mal hier irgendwo ein und dann könnt ihr euch das Video zu diesem Thema auch nochmal anschauen und eure Meinung unten in die Kommentare hauen. So, auch in diesem Video bitte. Ihr wisst, ich lasse vieles stehen unter meinen Kommentaren, aber mittlerweile mache ich auch immer mehr Kommentare weg. Vor allem die, das habe ich ja auch schon in einem der letzten Videos erwähnt, die irgendwie Hinweise auf private Aktivitäten etc. pp geben. Die sind halt direkt weg. Wer das nicht kapiert, braucht sich halt auch nicht zu beschweren, wenn sein Kommentar gelöscht ist. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit, ein Video über solche Themen zu machen, damit wir natürlich diese ganze Problematik auch mal ansprechen können und mal wieder was Ernsteres haben hier auf dem Kanal. Muss ja auch mal alle paar Wochen sein in unregelmäßigen Regelmäßigkeiten. Wie gesagt, es geht hier wieder Comic-Stars gegen Drogen. Ich habe es gewusst, als ich natürlich ein bisschen provokativ natürlich auch dieses Short gemacht habe und auch das nochmal im Video nochmal ein bisschen auf Feierlichkeit gemacht habe. Aber es war mir auch so oder so schon klar, wenn ich ein Video mache und zeige, dass ich vier von diesen Kassetten habe, dass da natürlich wieder der Bär tanzt, wie man so schön sagt. Denn es wird immer Leute geben, die sowas stört. Aktuell ist ja der Fall, ich weiß nicht, wie oft es jetzt... Ich habe vier Stück von den Dingern. Vorher hatte ich drei. Vier minus eins macht drei. Lange, lange Zeit hatte ich drei Stück gehabt. Und ihr erinnert euch vielleicht zurück, es ist schon eine Zeit lang her, da hatte ich schon mal so ein ähnliches Video gemacht, wo ich damals geschrieben habe, dass ich doch auf Ebay angeschrieben wurde, warum ich denn diese Videokassette hier zum Verkauf anbieten würde. Ich würde doch... Ne, es ging ja damals um die erste Videokassette, die ich damals erworben hatte, wo ich sehr, sehr, sehr glücklich war. Warum ich die anbieten würde, ich würde ja nur rumheucheln und ich wäre ein falscher 50er. Und ja, wer sitzt heute vor euch in diesem Video? Der unsympathische oder der sympathische YouTuber? Ihr entscheidet das ganz allein. Ich kann euch nicht beeinflussen, ob ihr mich sympathisch findet, ob ihr mich unsympathisch findet. Letztendlich ist es mir auch egal, weil ich versuche, die Leute zu unterhalten und den Leuten ein paar Minuten Unterhaltung zu bieten, die das gut finden, was ich zeige. Ja, wenn du mich jetzt unsympathisch findest, dann frage ich mich jetzt zum Beispiel, warum guckst du das Video? Ich kann es nicht beeinflussen, wer mich sympathisch findet und unsympathisch findet, aber wenn ich jemanden sympathisch finde, dann schaue ich die Videos, unterstütze den Kanal und wenn nicht, dann halt nicht. Dann gebe ich mich mit dem Content halt nicht mehr ab. Punkt. So, also der kam dann, damals musste ich mir das auch schon anhören, da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ja, wie kannst du das verkaufen? Blablabla. Ich hatte dem dann auch geschrieben, jo, pass mal auf, ich habe drei Stücke von den Videokassetten und das hier, dass ihr es mal seht, das ist die, die am beschädigsten ist. Die hatte ich dann bei Ebay drin, mittlerweile nicht mehr. Ich habe das jetzt vorhin gelöscht, weil jetzt die letzten Tage wieder dauernd in meinen Kommentaren Hinweise zu meinem Ebay-Account kamen und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich frage mich immer, die Leute, was geht in eurem Kopf vor, meine Kommentare zuzuspammen? Und hier auf Ebay dies, auf Ebay das, was geht in euren Köpfen vor? Was geht euch das an, betreffend des anderen Videos? Was noch viel krasser war? Der eine Account hat einen, dummerweise habe ich es jetzt nicht gescreenshottet, normalerweise mache ich das, aber ich war ja so perplex, ich habe das alles gelöscht. Mein ganzer Spam-Ordner war voll, weil ein Account den gleichen Text unter mehrere Videos bzw. Kommentare gepostet hatte und das Krasse war, ich glaube sogar mit mindestens zwei Accounts, den identischen Text, ich weiß nicht, ob es sogar drei waren, weil heute Morgen wurde mir auf einmal noch ein Dings angezeigt, obwohl ich die anderen zwei ausgeblendet habe. Ich weiß aber nicht, ob das verzögert, reingang spielt ja auch keine Rolle. Wie muss man als Mensch überhaupt drauf sein, überhaupt? Gut, mehrere Accounts kann man ja haben auf YouTube, aber wie kann man denn unter verschiedenen Accounts den gleichen Mist unter irgendwelche Videos spammen oder unter Kommentare? Was ist falsch bei dir? Mal ganz ernsthaft, das muss ich jetzt wirklich mal so böse fragen, was läuft falsch bei dir im Kopf? Jemandem wie mir wird dann irgendwas vorgeworfen von wegen unehrlich, heuchlerisch, falscher 50er, bla bla bla, und dann hast du gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille Leute, die dich privat stalken, die ja nicht haltbare Vorwürfe in die Kommentare klatschen, das auch noch voll spammen, immer den gleichen Text unter verschiedene Dinger drunter posten und dann das gleich auch noch mit anderen Accounts machen. Und wenn es der identische Text ist, dann muss es die gleiche Person gewesen sein. Also ich glaube, bei euch läuft viel mehr falsch als bei mir. Wie gesagt, mittlerweile habe ich nicht mehr auf Ebay drin. Ich hatte mir allerdings natürlich noch einen Spaß gemacht die letzten Wochen und Monate. Nachdem ich das erste Mal angeschrieben wurde, wie ich es mir erlauben könnte, etwas aus meiner Sammlung zu verkaufen, wovon ich ja auch noch so geschwärmt habe, dass ich das Ganze dreimal hatte. Wie gesagt, spielt sie keine Rolle. Habe ich mir dann Spaß gemacht und habe das Ganze, ich habe es auch schon in Videos erwähnt, nur nicht mit Namen und Preisen, habe ich das Ganze für 300 Euro auf Ebay eingestellt mit Preisvorschlagsoption. Was haben sich die Leute da das Maul zerrissen? So kann man solche Leute am besten trollen. Was haben sich die Leute das Maul zerrissen? Es ging sogar so weit, dass wieder Lügen verbreitet wurden, weil die Leute halt einfach nicht nachdenken oder einfach nicht fähig sind, selber nachzudenken. Da wurde dann geschrieben, ja, du hast dir jetzt die Videokassette für 99 Euro gekauft und bietest sie jetzt für 300 Euro an. So viel also zum Kaufen, Verkaufen und bla bla bla. Es gab wieder Diskussionen auf Facebook. Das ist aber ein anderes Thema zum Thema Kaufen und Verkaufen. Wie gesagt, schaut das Video. Das geht euch gar nichts an. Da habe ich das Thema gut erklärt, worum es mir da geht. Deswegen möchte ich das jetzt hier nicht nochmal groß aufpushen. Das hier war nicht die Kassette, die ich für 99 Euro gekauft habe. Das war die Kassette, die ich glaube ich für 50 Euro oder so gekauft habe. Ich habe sogar das Sechsfache bei Ebay dafür verlangt. Das ist nicht zu fassen, oder? Ja, dass da das Thema Preisvorschlag, wie gesagt, dabei war, das hat kein einziger erwähnt. Sie haben es auch irgendwie nicht kapiert. Und dann habe ich mir jetzt gestern gedacht oder vorgestern wann es war. Gestern war es, glaube ich. Also zum Zeitpunkt des Videodrehs habe ich gedacht, weißt du was? Für jeden dummen Kommentar machst du das Ding jetzt teurer. Habe ich es dann auf 500 Euro gemacht. Ja. Und kaum hatte ich es auf 500 Euro, hat mich jemand privat angeschrieben auf Instagram. Da muss ich erst mal sagen, immerhin erst mal privat angeschrieben. Ich biete es ja auch jedem an. Man kann mich ja auf verschiedene Möglichkeiten erreichen. Sei es Facebook, Instagram, E-Mail. Erst mal privat angeschrieben. Das fand ich vollkommen okay. Aber dann wieder die Art und Weise. Da wurde dann wieder ein Bildchen gebastelt mit meinem Ebay-Angebot von 300 Euro. Mit irgend so einer, was weiß ich was es war. Und really? 300 Euro? Und dann wurde ich da wieder so um Rechenschaft gebeten, sag ich mal, warum ich das Ganze für 300 Euro anbiete. Das wäre ja ultra frech. Und das wäre das Ganze ja auch nicht wert. Und tralala. Und da habe ich geschrieben, ich mache das, um die Leute zu trollen. Ich habe das so und so gemacht. Seitdem das erste Mal das Thema aufkam, habe ich es reingesetzt. Und ich habe es ja auch, Leute, wenn ihr meinen Kanal regelmäßig verfolgt, ihr wisst das ja auch. Ich habe es ja auch schon mehrmals in Videos erwähnt. 300 Euro. Natürlich ist der Preis unrealistisch. Es wird niemand 300 Euro zahlen. Aber, jetzt kommen wir zu dem Aber. Wenn jemand 300 Euro zahlen würde, oder gezahlt hätte, wer hätte das Geld nicht genommen? Wie gesagt, nach dieser Instagram-Diskussion, auf die ich jetzt gleich nochmal zu sprechen komme, habe ich es einfach auf 1000 Euro gemacht. Nur aus Trotz und um die Leute. Ich habe dann reingeschrieben, hier, Preis ist ein Platzhalter. Aber, ihr könnt gerne die Preisvorschlag-Option nutzen. Schönen Gruß an alle Hater oder sowas. Die Preisvorschlag-Option habe ich natürlich genommen mit Angebote Untersumme X alle ablehnen. Es kam kein einziges Angebot ran, was auch nur scheinbar annähernd in dem Bereich war, was ich mir vorgestellt habe. Kommen wir jetzt nochmal auf Instagram. Habe ich, wie gesagt, dann eine Nachricht bekommen und hatte eine kleine Diskussion dann gestern Abend noch gehabt mit der Person. Ich werde jetzt hier nichts zeigen und ich werde nur ein bisschen vorlesen. Machen wir mal so, damit wir auf die Nummer sicher gehen. Ich hatte geschrieben gestern, ja, habe es auf 500 extra nochmal 200 Euro hochgemacht. Nur wegen dem dummen Kommentar, das trollt richtig. Weil die Leute, die kapieren es auch nicht, dass sie getrollt werden. Es wird dann halt einfach in die Kommentare gespammt. Du verlangst auf Ebay, ich sage jetzt mal 500 Euro für die Kassette, du spinnst doch. Die kapieren das gar nicht, dass sie verarscht werden. Die Person schreibt, selbst 300 waren zu viel. Habe ich geschrieben, verstehst du das nicht? Klar ist das zu viel, habe ich sogar mehrmals gesagt in den Videos. Kauf doch eh keiner, schreibe ich. Habe ich so drin, seit dem ersten Anmache wegen dem Video. So. Ja. Verhalte ich wie ein Erwachsener. Gibt es zum vernünftigen Preis an und nicht so eine Aktionen mit immer höher gehen wegen irgendwelchen Sprüchen und Kommentaren. Wups, war es auf 1000 Euro. So. Ich schreibe, ich will es ja nicht verkaufen. Ich will die Kassetten nicht verkaufen. Ich bin froh, dass ich sie habe in der Sammlung. Ich habe lang genug gebraucht, bis ich die erste hatte und die anderen sind dann durch irgendeinen Umstand halt dazugekommen und ich habe auch viel für die Videokassetten bezahlt. Ich will die im Prinzip nicht verkaufen. Aber, es gibt immer ein Aber, ich will es ja nicht verkaufen, höchstens an die 1%, die diesen unrealistischen Preis zahlen. Ja, wenn da jetzt einer 1000 Euro gezahlt hätte, aus welchem Grund auch immer. Es gibt so Leute. Wer von euch hätte die 1000 Euro abgelehnt? Oder anders gefragt, wer von euch hätte diese 1000 Euro nicht genommen? Wer ist da? Da wird einem immer Heuchlerei und Scheinheiligkeit vorgeworfen. aber wenn ihr die Kassette hättet und euch hätte einer 300, 500, 1000 Euro dafür gezahlt, hättet ihr bestimmt abgelehnt, oder? Das glaubt ihr doch selber nicht. Es ging dann halt weiter. Es steht ja Preisvorschlag da. Es kam nicht ein Gebot rein, in dem ich das, in einem akzeptierbaren Bereich. Dann regen sich die Leute aber auf. So sind sie halt. So, dann kommt rein. Dann stell es doch zu dem Preis rein, den du für angemessen heilst. Echt mal. Also habe ich gesagt, lese doch mal, was ich schreibe. Ich will das Teil nicht verkaufen, in dem Sinne, zu einem normalen Preis. Zum normalen Preis habe ich mir die Dinger gekauft. Diese Teile, die nie öffentlich im Handel erhältlich waren, die nie käuflich erwerbbar waren, das kaufen nur Leute, die dazu einen emotionalen, nostalgischen Wert haben. Es kaufen keine, gut, vielleicht gibt es einen kleinen Prozentsatz an reinen Videokassettensammlern, die sagen, das ist eine Videokassette, die muss man haben, die gab es halt nie im Handel. Vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen allein danach suchen, tun doch nur Leute, die dieses aus Nostalgiegründen irgendwie in der Sammlung haben wollen. Und dann hat das halt einen gewissen Wert, sage ich mal. So, dann kriege ich wieder geschrieben, du bist selbst Sammler. Mach einen fairen Preis von einem Sammler für einen Sammler. Dann bist du zufrieden und derjenige ist happy, das Teil endlich in der Sammlung zu haben. immer diese Geldmacherei. Ich weiß, das Ding hat einen gewissen Wert, aber für mich eher einen emotionalen. Hattet ihr auch einen Preisvorschlag geschickt, aber hast abgelehnt, war wahrscheinlich die automatische Ablehnung. Jo, dann wird mir dann noch reingerieben, dass er angeblich die Kassette jetzt in einem Videokassettenkonvult für 20 Euro drin hatte, ohne dass es wusste. Dann sage ich doch Applaus, Applaus, habe ich ihr auch geschrieben. Das zeigt doch, dass man auch durch Glück an die Kassette kommen kann. Wenn man schon nicht zuschlägt auf Ebay, ich habe meine ganzen Kassetten von Ebay, es hätte mir jeder diese Kassetten wegschnappen können, entweder durch ein höheres Gebot bei den Auktionen oder einfach die Sofortkaufpreisfunktion nutzen können und mir da vor der Nase wegschnappen. Das einzige Problem bei diesem Thema ist, wie bei so vielen anderen Themen, die Leute wollen kein Geld bezahlen für diese Sachen, die sie haben wollen. Jeder möchte alles nur noch billig, 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 billig und keiner möchte Summe X zahlen. Natürlich, klar, jeder hat sein Budget, das muss man natürlich verstehen, aber wenn ich mir was nicht leisten kann, dann muss ich das akzeptieren. Möchte ich mir etwas nicht leisten, obwohl ich es kann, dann ist das dein Problem, wenn du das Video jetzt gerade siehst. Nicht mein Problem. Ich bin nicht der Bösewicht, weil ich diese Preise zahlt, die auf Ebay verlangt werden. Da seid ihr einfach nur die Dummen, wenn ihr das nicht zahlt. Die Dummen jetzt in dem Sinn, ihr seid selber schuld. Ich könnte genauso dumm sein, wenn ich mir so eine Videokassette für 99 Euro kaufe. Ja, die letzte Kassette habe ich mir für 99 Euro gekauft. 99 verdammte Euro für so eine blöde Videokassette, die ich schon dreimal in der Sammlung habe. Und wem das jetzt nicht reicht, um zu verstehen, was mir diese Kassette an sich bedeutet, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen. Und wenn ich für diese Kassette, die mir so viel bedeutet, dass ich so viel zahle, wenn ich die rein aus Drollen auf Ebay reinsetze, für 200 Euro, für 300 Euro, 4, 5, 600, bis 1000 Euro, kann euch das A, erstmal völlig egal sein und B, sollte es dann vielleicht verständlich sein, dass ich schon ein unmoralisches Angebot gerne hätte, wofür ich diese Kassette dann wieder abgeben würde. Wenn ich dafür einen Kurzurlaub machen kann für diese Videokassette, dann mache ich das. Ich habe das Teil 4 mal. Da braucht ihr da nicht vor dem YouTube zu sitzen und rumzuweinen, weil die einer 4 mal hat. Das muss man jetzt mal so richtig unsympathisch auch mal sagen. Weil dieses Gejammer und diese Missgunst in vielen Bereichen, die geht mir persönlich richtig auf den Keks jetzt. In letzter Zeit. Wenn ich es nicht vergesse, möchte ich nochmal auf Missgunst kommen. Es ging auf jeden Fall dann weiter. Ich habe das auch geschrieben. Jeder hat die Chance da dran zu kommen, wenn es auf eBay ist. Bla bla bla. Sie schreibt jetzt, wenn da der Name Comics-Jazz gegen Drogen gestanden hätte, hätte ich sofort zugeschlagen, mir die 5. oder 6. Kassette davon gekauft, um ihn teurer zu verkaufen. Ganz schlimm und mega traurig sowas. Ich habe dann geschrieben, ich glaube, ich habe hier schon zwei oder dreimal geschrieben, dass ich die nicht verkaufen will. Du willst es nicht verstehen, denke ich. Wenn aber eine unrealistische Summe zahlen würde, warum denn nicht? Wenn dir einer 1000 Euro bietet für deine, sagst du natürlich Nein oder wie? Alles ist verkäuflich ab Summe X, habe ich schon mehrfach in Videos gesagt, erst recht, wenn man es mehrfach hat. Also entweder du verstehst das oder lässt es halt bleiben. Deutlicher kann ich die Aussage zu dem Thema nicht mehr machen. Sie schreibt, Nein, du verstehst mich nicht. Egal, Leute wie du werden es nie begreifen. Schreibe ich, ja, ich verstehe dich auch nicht, weil deutlicher kann ich, kann ich, was? Deutlicher, ach, das war wieder Autokorrektur. Deutlicher kann ich nicht sein. Wenn du es trotzdem nicht verstehen willst, dann wünschen wir uns noch einen schönen Abend und verabschieden uns. Sie hat dann geschrieben, bei dir kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, mehr nicht. Habe ich geschrieben, gut, geht das wieder los. Geblockt. So, das war aber allerdings noch nicht das Ende, denn als ich heute morgen dann aufgewacht bin, Thema wie ein Erwachsenerverhalten und nicht kindig sein, hat diese Person dann direkt, glaube ich, wieder unter drei, vier Videos oder Kommentare wieder Sachen drunter geschrieben. Ich glaube, in einem hat sie kurz erwähnt, bin ich jetzt auf 1000 Euro an, auf E-Mail, du schminst doch. Also direkt in die Drollfalle getappt und bei anderen, da schreiben einfach Leute Sachen, normale Kommentare. Der eine schreibt, jo, er findet mich sympathisch, sie schreibt drüber, kotz, kotz. Und bei so anderen Kommentaren auch noch, kotz, kotz, kotz. Ja, sorry, danke, dass du mal auf meinem Kanal warst, das war es jetzt für dich. Absolut lächerlich. So, ihr seht, das regt mich jetzt schon mal in der Hinsicht auf, dass diese Person, diese Person zum Beispiel, noch vor ein paar Wochen, ja, du bist so sympathisch, deine Videothemen sind so toll und tralala, was toll am, kommst super rüber und jetzt kapiert sie überhaupt nicht, was hier abgeht mit der Videokassette. Die Person und, oh, kotz, kotz, was für ein Typ, ihr habt sie doch nicht mehr alle, jetzt mal ganz ehrlich. Zum Thema Missgunst. Missgunst ist auch immer sowas, was ich immer öfter lese. Hat jetzt aber ein bisschen weniger mit Trollen zu tun, um Gottes Willen, aber mir ist es gerade eingefallen, deswegen hänge ich das Thema jetzt gerade noch mal dran. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, lauscht noch mal ein paar Minuten. Das Thema Missgunst. Ähm, es gab auch schon mal Zeiten oder auf Facebook manchmal auch, ähm, da kommen so Kommentare, man soll den Leuten doch, man soll den Leuten doch, ähm, etwas gönnen, man soll den Leuten gönnen, gönn doch mal, äh, man, 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 so viel Missgunst und tralala. Ähm, ich sag jetzt auch hier nochmal an der Stelle, ich persönlich, ich gönne jedem alles. ja, ich gönne jedem alles. Ja, aber, wenn es um illegale Sachen geht oder nicht rechtskonforme Sachen, äh, bin ich jemand, da zieht das nicht mehr, diese gönnen den Leuten doch, ja, die Leute können sich illegale Sachen gönnen, privat, so viel sie wollen, ja, äh, ich finde, das hat aber nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Sei es jetzt irgendwelche Bootleg-Filme, die in irgendwelchen, äh, Unboxing-Videos gezeigt werden, hier auf YouTube oder sei es auf, äh, Facebook, ähm, wenn dort Bootlegs, ja, ich nenne es jetzt mal Bootlegs, also, es ging, es ging zum Beispiel um eine Masters of the Universe, ähm, Dokumentation aus den, ich weiß gar nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er, da gab es eine kurze Dokumentation über Masters of the Universe, die lief, glaube ich, bis dato nur, einmal im Fernsehen oder so, ne, ähm, es gab auch mal diese Dokumentation auf YouTube, aber ich glaube, der, und das ist auch der schon mal der entspringende Punkt, der, ähm, Lizenzinhaber hat das auf YouTube sperren lassen, also man kann es nicht mehr gucken, ähm, also es gibt da auf jeden Fall schon mal auch jemand, der dahinter steht, hinter dieser Lizenz. So, jetzt gibt es auf Ebay Kleinanzeigen irgendeinen Wicht, ja, ähm, der bietet diese Dokumentation an als selber gemachte DVD. Wir reden jetzt hier nicht von, äh, 0815 gebrannt, sondern so in Bootleg-Form, ne, also er hat schon, äh, eine DVD gemacht, mit, mit, äh, ähm, mit, mit, mit Disccover, mit MRA, mit, mit, ähm, ja, das Cover ist, das Cover ist, das sieht man schon am Cover, das ist selber gebastelt hat, man macht dann so Alibi-mäßig so ein 6er FSK-Flatschen drauf, das Cover besteht aus zusammengefügten, äh, Masters of Universe-Verpackungen und die wird da vertickt für 12 Euro, für 14 Euro, irgend sowas umdrehen. Und dann haben wir halt die Masters-Gruppen und dann posten sie stolz, jo, hab mir diese DVD gekauft. Und ich schreibe dann, ja, sorry Leute, das ist eine selber erstellte, der verkauft die illegal, bastelt sich die Teile zusammen und vertickt die. Äh, das will man dann nie wahrhaben, ja, und da kommen dann halt so Kommentare, ja, warum muss man das immer erwähnen, den Leuten alles, ähm, madig reden, gönn doch den Leuten mal, da wird es Spaß dran haben. Ja, hab ich eben schon gesagt, für meine persönliche Meinung nach hat das nichts mit Gönnen zu tun, sie können sich in ihrem stillen Kämmerlein freuen, ja, äh, aber doch für illegale Sachen in dem Prinzip Werbung machen, ähm, ist dann schon wieder ein anderes Level für mich, ja. Ähm, ich könnte jetzt noch mal auf das Kaufen, Verkaufen Thema eingehen, da gab es auch noch so einen Vorfall jetzt in der Gruppe, also, hat jemand anderen betroffen, was ich persönlich nicht gut fand, das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, da kam dann auch wieder von, es sind meistens immer die gleichen Leute, äh, kamen dann auch immer direkt Kommentare, ähm, wieso, weshalb, was ist da dran jetzt richtig, was ist da dran falsch, wer noch mal wissen will, was jetzt der Unterschied ist zwischen, ähm, Vorbestellerartikel wegkaufen, die teurer zu verkaufen, oder halt Sachen teurer zu verkaufen, die an Wert gewinnen, wie gesagt, schaut euch das Video, das geht euch gar nichts an, noch mal, äh, durch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, da sage ich eigentlich alles zu dem Thema, ansonsten soll es das jetzt in diesem Video gewesen sein, ich wollte es nur noch mal in Unmut ausdrücken, ähm, ähm, dass man sich so aufregen kann, wegen so einer Videokassette, also so, keine Ahnung, will ja wohl, wollen ja wohl schon doch einige Leute haben, äh, wie man sich so auffüllen kann, wie man jemanden so belästigen kann im Prinzip, wie man so jemanden privat noch stalken kann, ähm, was hab ich auf einmal für, wie nennt man das auf Ebay, wenn jemand deinen Verkäufernamen speichert, äh, was hab ich da auf einmal für erhöhte Zahlen, wie man da wirklich privat gestalkt wird, was man auf Ebay anbietet, und dann zu welchem Preis, es ist schon, ja, besorgniserregend teilweise, na, und das sind, wie gesagt, das sind meistens die Leute, die einem selbst irgendwas Negatives vorwerfen, äh, die sind dann da privat unterwegs und stalken, dich und schreiben dich an, wieso, weshalb, warum, was einem einfallen würde, ähm, wobei privat ist halt immer nochmal, wie gesagt, besser als in YouTube-Kommentaren so einen Scheiß zu schreiben, ähm, wie gesagt, ich kann euch nicht helfen, ihr könnt reinschreiben in die Kommentare, was ihr wollt, wenn es irgendwie Hinweise gibt auf private Dinge, ist der Kommentar halt weg, so, und wer meint, er müsste halt, äh, irgendwelchen Mist, wirklich Mist, non-stop, vier, fünf, sechs Mal rumspammen, in der Hoffnung, äh, der Spam-Filter gibt den halt irgendwann mal frei, einen Kommentar, ja, sorry, dann bist du halt auch weg, ähm, ich hab schon genug kritische Kommentare stehen lassen, die halt einfach im normalen Rahmen waren, wie es halt sein kann und sein muss, jetzt aus meiner Sicht, aber das, äh, ich weiß auch nicht, was die Leute davon haben, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, äh, machen uns alle mal Gedanken über das Thema und erfreuen wir uns doch einfach, vielleicht, an den nächsten Videos, macht's gut, ciao, ciao.